Ja, jetzt bin ich bei 80 Meter mit meinem Sunrige in der Hand. Grundsätzlich, desto näher ich zu Grün komme, desto genauer ich sein muss oder sollte. Der weite Weg, dass ich stehe, desto größer ist mein Zielbereich und ich muss auch dafür spielen, zu aufpassen. Mit längeren Eisen eher das Grün-Mitte-Ziel, mit kürzerer Eisen wirklich den Fahnen attackieren. Probieren Sie das am Platz. Ich bin sicher, dass Sie werden drei, vier, fünf Schläge pro Runde weglassen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.